Wien darf nicht Ischgl werden. Jawohl. Jetzt werden Sie sagen, wieso Sie Wien Ischgl werden? Naja, weil Wien der Gegner ist. Wien ist schuld an allem irgendwie und die Regierung lässt es jetzt kommunizieren, zum Beispiel über die Kronenzeitung. In dem Kronenzeitungsartikel ist alles drin, was Sie brauchen. Nämlich Rassismus, Lügen, falsche Fakten, alles ist drin. Schauen Sie sich das an. Jetzt amtlich Wiener Corona-Fälle verteilen sich im ganzen Land. Was von Experten befürchtet wurde, steht nicht dort, welcher Experte, ist nun eingetreten. Von der Corona-belasteten Hauptstadt Wien aus verteilt sich das Virus derzeit in ganz Österreich. Drei aktuelle Neuinfektionen unter Migranten in Tirol, na endlich, der Tschusch auch dabei, sollen ihren Ursprung laut Informationen der Kronenzeitung in Wien haben, ebenso die Erkrankung, wichtig, eines somalischen Flüchtlings im Burgenland. Pragt man Burgenland auch nicht in Somalien, jeder kriegt auch nicht mit. Nur stimmt das und warum passiert das überhaupt? Sehr gerne Ihnen jetzt, weil das wird in den Medien nicht transportiert. Es gibt einen nächsten geschleckten Burschen, eh sympathisch, so schaut er aus, das ist der Fleischmann. Der Fleischmann ist der Typ, der im engsten Kreis von Sebastian Kurz sitzt, anderen Leuten angeblich schon mal Geld boten hat fürs Wechseln ins Team, Medien zusammenschreit, irgendwelche komischen Tweets aus sie hat, wo er sich dann entschuldigt und sagt, das hat er eh nicht selber geschrieben, also eher ein super Typ und der ist Medienbeauftragter im Bundeskanzleramt. Der verteilt die Kohle. Und so schaut er sein Tweet-Account aus, wenn man sich anschaut, wo er retweetet. Kronenzeitung, Corona-Fälle aus Wien verteilen sich im ganzen Land, zahlreiche Verdachtsfälle und Corona-Infektionen, Wiener Schulen weiter im Fokus von Corona-Testungen, aber natürlich Artikel wie den vom 22. Mai. Zwei Umfragen stellen dem Handel der türkis-grünen Bundesregierung in der Corona-Krise ein einigermaßen gutes Zeugnis aus. Warum ist das so? Wes Brot, ich ess, des Lied ich sing. Der Herr Fleischmann ist der, der für den Kurz die Öffentlichkeitsarbeit macht und gleichzeitig auf den Millionen umsitzt, die verteilt werden. Und da kann man sich ruhig einmal anschauen, wie diese Millionen verteilt werden. Die Kronenzeitung bekommt 2,72 Millionen Euro, dann gleich die anderen Qualitätsmedien, heute und Österreich, dann kommt lang nichts, dann kommen ein paar Bundesländerzeitungen, Qualitätszeitungen wie der Standard kriegen, weniger als ein Fünftel von der Kronenzeitung. Dann braucht man sich nicht mehr fragen, warum die Medien in Österreich dem Herrn Fleischmann und dem Herrn Kurz so brav abortieren und die Einschüchterung der Medien so gut funktioniert. Ich glaube, das Modell kann man sogar exportieren. Das Modell kann man sich nicht mehr auf dem meisten, wie die Verstelung der Medien so viel Teufel ist. Das Modell kann man sich nicht mehr auf dem großen Boden annehmen. Und das Modell, die ist der, der für den Boden annehmen. Ich glaube, es ist der Trend der Rede und die Mitleute. Vielen Dank.